Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiten Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und erstmal alles, alles Gute den Müttern da draußen, also alles Gute zum Muttertag, aber ihr wisst, unser Tag kommt auch noch und damit gehen wir aber jetzt rein in den letzten, ja, ich glaube, es ist noch nicht der letzte Sneak, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber der heutige Sneak ist nicht so was Bahnbrechendes, also ich muss sagen, Supercell hat sich da nicht wirklich was Neues einfallen lassen, also so ist meine Sicht, sondern eher das Ganze so ein bisschen so in den Normalitismus reingebracht, also es gibt eine neue Truppe, es gibt natürlich die Bauarbeiterbasishütte Level 10 und es gibt eine neue Verteidigung, aber gehen wir mal rein hier, was uns so mal wieder zur Verfügung gestellt wurde, ich schalte mal eben um, dass ich auch auf der richtigen Szene bin, ja, da bin ich auf der richtigen Szene, nämlich auf meinem Desktop und also Bilderholz 10, ich meine, wie bekommt man Bilderholz 10? Ganz einfach, man baut es, die Bauzeit sind allerdings auch ein paar Tage, wir sehen das jetzt hier im Video, also ich muss jetzt selber gerade ein bisschen genauer hinschauen, wie viele Tage es denn sind, 4-8 Upgrade, 7 Tage, okay, also eine Woche, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt, da wirklich einen Hammer zu nehmen oder sollte man nicht lieber die 7 Tage einfach abwarten, ich meine, im Moment gibt es da draußen wahrscheinlich die Masse, die auf jeden Fall die Hämmer einfach mal so über hat und hier seht ihr allerdings jetzt noch die Defensive, wie sie dann auf Rathaus Level 9 war und das ist die Defensive auf Rathaus Level 10, gehe ich aber gleich mal ein bisschen ins Detail mit euch ein und ja, Second Stage, also zweite Stage hier oben, was ganz, ganz finde ich hart ins Auge fällt, sind hier die Mauern, sind hier die Mauern, witzigerweise, das fällt richtig hart ins Auge, finde ich zumindest und alle anderen Sachen haben ja auch ein Level dazu bekommen, also Bilder Hall 10 ist auf jeden Fall Incoming, das war eigentlich auch klar, denn ich sag mal so kein großes Update, ohne wenigstens ein Update zu haben, was die Bilder Hall angeht und wir bekommen aber noch etwas Neues dazu und zwar, jetzt muss ich mal gerade schauen, wartet mal gerade, Bilder Hall 10, ja die Buildings hier, die Buildings sehen alle so ein bisschen, ähm, ah wie soll ich sagen, sie sehen alle so ein bisschen nach Level 10-like aus, also da oben steht immer so die Bezeichnung, die uns Supercell zur Verfügung stellt und zwar, ja die Advanced Baracks, ist also die ganz normale Kaserne hier, ähm, ich nenne das Ding hier immer die Tonne, also die Luftmine und, ähm, aber es ist halt für mich immer noch eine Tonne, aber das Level 10 Design überzeugt mich, überzeugt mich so ein bisschen, äh, Bogenschützenturm auf niedrig gestellt, auf hoch gestellt einmal, ähm, ja ich freue mich mal ein bisschen rein, ich weiß gar nicht, warum der nicht einfach hier auf der prozentualen Seite so bleiben kann und, ähm, die Firecracker, so nennen die sich in Englisch, äh, ja die Mauern, ne, die Mauern sind, äh, richtig gut gelungen, Leute, die Mauern sind richtig, richtig nett gelungen hier mit den, mit den, ähm, Ein- und Auslasshehnen hier, oder mit den Aus- und Einlasshehnen, das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt, aber ich mag die Mauern richtig, richtig gerne, also die sehen mal, ja, richtig schick aus, hat was von dieser Röhre, hat in jedem Fall was, ja, das ist schon die neue Defense, das ist der X-Bug, den gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an, ähm, hier in den verschiedenen Leveln und, ähm, Ausbruchstufe 5, glaube ich, ist das Maximale, ähm, ja, ich weiß nicht, warum das gerade so ist, Leute, aber ist scheinbar so hier von diesem komischen, ähm, Explorer hier, also so steht er auf Boden und, oh, da bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit, zu weit gegangen hier, ja, Bombe, die Bombe sieht auch sehr bombig aus, also hat alles so ein bisschen wieder so ein eigensinniges Design, so will ich mal sagen, und, ähm, ist aber sicherlich nett gemacht hier, der Hammer, der bewegt sich übrigens immer die ganze Zeit, also während die vielen Rädchen sich hier drehen, da muss ich auch nochmal gucken, ob die sich auch richtig rumdrehen oder ob die eigentlich nicht in der richtigen Reihenfolge drehen, der Uhrenturm hier, unser bekannter Freund, ähm, ja, ich hab ja gesagt, es gibt keine neue, ähm, Verteidigung eigentlich, also es gibt eine neue Verteidigung, ja, den X-Bogen, aber nichts Bahnbrechendes, ja, bahnbrechende Sachen fand ich oder finde ich hier bei Clash of Clans waren in jedem Fall oder sind, der Zerschmetterer, der ist einzigartig, äh, den gab es vorher noch gar nirgendswo in irgendeinem Spielchen und, ähm, Doppelkanone, ja, das Wichtigste schlechthin hier, ne, die Juwelenmine, Leute, mal sehen, was sie so packt in einem Tag, Outpost sieht jetzt auch mal richtig aus wie so ein Wachposten, ähm, das ist, äh, die heilende Hütte hier, die haben wir gestern kennengelernt und, ähm, der Lava Launcher, ja, der Lava Launcher sieht richtig gut aus, aber auch das ist eigentlich so eine Defensive, die so einzigartig ist, ja, die dieses Spiel auch so einzigartig macht, aber diesmal kommt halt nur, so will ich es mal sagen, irgendwas Kopiertes hier, Riesenkanone, äh, Megatesla, Multi-Minenwerfer und dann Autos Outpost hier, dann haben wir hier noch die, äh, die Push-Falle, der, der Brutzler, ne, der Brutzler, einzigartig, diese, diese Defense, ähm, aber der X-Bogen ist halt nicht einzigartig, den gab es halt schon, äh, nicht nur bei Clash of Clans, sondern auch bei Clash Royale und deswegen finde ich eigentlich, äh, ist dieser, ist dieser Sneaky so ein bisschen so ein, äh, kopierter Abklatsch, so will ich es mal sagen, das nennen die übrigens immer, äh, Teleskop, das ist ja eigentlich das Labor, das hat immer so ein bisschen was von so einer Spinne hier, mit den beiden Spinnenaugen hier, äh, finde ich zumindest, ähm, hat irgendwas Bedrohliches, fand, fand ich zumindest, und, ähm, was wir natürlich noch haben, Leute, ist, ähm, wir haben eine neue Truppe, beziehungsweise, ne, wir haben erstmal einen neuen X-Bogen, das können wir uns auch mal anschauen, wie wir den bekommen, den bekommt ihr nämlich erst auf Bilderhall 10, also der müsste Bilderhall 10 sein, um den X-Bogen zu bekommen, da seht ihr das, einen X-Bogen bekommt man und eine neue, ähm, ähm, Bombe, kommt auch noch dazu, wenn man also die Bauarbeiterbasis updatet hier, und, ähm, da seht ihr auch den Hammer, wie er sich so ein bisschen immer bewegt, also hier ist auf jeden Fall etwas mehr Bewegung jetzt im Bild, und, ähm, jetzt geht es hier halt in den Shop, 4,4 Millionen, okay, ich weiß gar nicht, ich muss mal gerade gucken, wie viele Millionen eigentlich tatsächlich, äh, im Moment reingehen, im Moment gehen, glaube ich, 5 Millionen rein, oder täusche ich mich da, oder gehen da, oder muss man, muss, muss, muss man wirklich leveln, ähm, also die Lager leveln, ich schaue jetzt mal gerade nach, so im Hintergrund, ihr kriegt das nicht mit, ähm, ihr bekommt das nicht mit, ich muss mal gerade schauen, es sind 5 Millionen, die man hat, also man kann das Ding auf jeden Fall schon bauen, ohne dass man vorher sein, ähm, vorher sein, ähm, Goldlager ausbaut, das finde ich natürlich sehr, sehr gut, also man muss nicht erst xx Tage warten, bevor man den dann überhaupt aus dem Shop rausbekommt, und, ähm, ja, hier geht er jetzt gleich ein paar, ein paar Level hoch, das war, das war Entwickler-Account, okay, hier geht es auf jeden Fall ein paar Level hoch, und, äh, 116 Damage und 2600 Trefferpunkte, das ist auch nicht ganz unwichtig, denn, ähm, ja, der will ja auch angegriffen werden, also der X-Bogen zumindest, und erstmal gibt es ja, ich nenne es mal so, nur einen, kommt sicherlich auch ganz drauf an, wo man den jetzt positioniert, in der ersten Stage oder in der zweiten Stage, da bin ich wirklich mal auf das, auf das Base-Building gespannt, ähm, was da auf uns, äh, zukommt, und ich sehe gerade, ihr habt gar, ihr habt gar keine Cam, ne, ihr habt gar keine Cam bei mir, warte mal, ich mach mal die Cam an, Mensch, hab ich doch extra reingenommen, ja, so, so sieht es besser aus, so sieht es besser aus, und, ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, was da auf und zu kommt, ähm, wie das Ganze vonstatten geht, aber wir sehen auch den X-Bogen einmal in Aktion, also wie er verteidigt gegen verschiedene Einheiten, ja, so ein kleiner Barbar hier, ich meine, ihr habt gesehen, 116 DPS, und da seht ihr jetzt schon, dass so ein Barbar schon eine ganze Menge Trefferpunkte dazugekommen hat, der matcht den schon mal fast drei Viertel weg, also wirklich, wirklich krank, und ja klar, der Riese, der gibt dem jetzt natürlich einen Rest, die Riesen haben halt Trefferpunkte en masse, und ihr seht das auch, der hat auch noch die Heilpulle vorn, vorm Bauch, das heißt, der könnte sich jetzt auch noch heilen, oder könnte dort geheilt hingehen. Entschuldigt bitte. Ja, so sieht das Ganze aus, also ich finde so ein bisschen, naja, ähm, ihr wisst, ich, äh, schrecke auch vor Kritik nicht zurück, und, ähm, aber ich finde jetzt in dem letzten, ich weiß nicht, ob es der letzte, ich sage immer der letzte Sneak, ähm, ob es in diesem Sneak hier nicht, ähm, doch, irgendwo nur so irgendwas Kopiertes ist, aus den anderen Spielen, oder, beziehungsweise aus den anderen Dörfern, und sehe dem eigentlich so ein bisschen skeptisch entgegen, muss ich mal so sagen, ähm, auch bei der neuen Truppe, es ist der Elektrofeuer Magier, so heißt er, glaube ich, und, ähm, ja, wie kann man ihn anlocken, auch den bekommt ihr leider erst auf Bilderhall Level 10, und, äh, ja, da muss ich, da muss ich ehrlich sagen, ich habe eben noch einen Screenshot von meinem Handy gemacht, ähm, und lege das gleich mal irgendwo hier in die Szene mit rein, aber, ähm, so wie ich ihn jetzt sehe, muss ich ehrlich sagen, ist das auch nichts Neues, der Magier ist sowieso ein Feuermagier, aber diesmal mit, ich nenne es mal so, Tesla-Strahl, nicht Tesla-Strahl, sondern Inferno-Strahl, werden wir gleich auch sehen, und, ähm, aber so wie er hier aussieht, finde ich, ist das ein Abklatsch aus Clash Royale, so ein Mix aus Clash Royale, Clash of Clans, also wirklich nichts Neues, sag ich mal, ähm, also ein bisschen anders fungiert der Elektro-Magier schon in Clash Royale, ähm, hier werden wir gleich sehen, wie eigentlich der Elektro hier durchgeht, und der braucht auch, der hat auch so eine kleine, kleine Schwachstelle, wenn man umstellt, aber sehen wir gleich, also ich finde, äh, ja, das ist eine klare Kopie hier, und er kann halt zwischen Feuer und Elektro-Mod, ähm, umschalten, wenn er aktiviert wird, also es ist eine Truppe, die eine Aktivierung hat, und ihr seht auch hier der Elektro-Mod, das ist so ein bisschen was Bekanntes, ja, von der E-Titanin, ähm, also das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, so will ich mal sagen, sondern hier hat man so ein bisschen, Teile vom Uhu genommen, Teile vom Magier genommen, Teile vom Feuer-Magier genommen, Teile vom Elektro-Magier genommen, und, ähm, deswegen, ja, wie gesagt, ist das nicht wirklich irgendwo was Neues, und, ähm, ja, ich, was ich gerade gesehen habe, Reinforcements, ähm, das muss ich mal gerade gucken, äh, achso, Belagerungsmaschine, Truppen, ähm, waren das Clan-Truppen? Ne, ne, das waren Truppen, wenn man in die zweite Stage geht, oder so, so genau weiß es noch gar nicht, aber so sieht er aus, und ich finde, naja, wir gucken uns im, im, im Kampf einmal an, und, ähm, das ist sehr interessant, äh, ihr seht das hier, das ist so ein, ja, ist ein Feuerstrahl, so will ich es mal sagen, also, so Like Inferno, der auch immer, immer größer wird, ja, der lädt also auf, und, ähm, den finde ich, so wie ich ihn jetzt sehe, relativ stark, jetzt wird er umgeschaltet, da unten, und ihr seht, der muss ein bisschen ausholen, geht dann aber über drei, springt über drei Gebäude, der Blitz, also, ist auch was Bekanntes, nämlich von der Eule, würde ich sagen, und, ähm, dass das hier so überspringt, von der E-Titanin ist jetzt vielleicht nur so ein bisschen, so die Animation, will ich mal so sehen, ähm, also auch da hat man das Rad nicht neu erfunden, in diesem Update hier, vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ist das nur ein kopierter Abklatsch, aus den verschiedenen Spielen, äh, hat sich, hat sich da die Entwicklungsabteilung, nicht wirklich Mühe gegeben, uns hier was bahnbrechend Neues zu präsentieren, also wirklich eine neue Truppe, und nicht irgendwie so ein, sowas, irgendwas Kopiertes, äh, was es eigentlich schon so, so, so halbwegs gibt, und dann hat man da einfach einen Mix rausgemacht, ähm, ich hab mal wieder so ein bisschen das Gefühl, dass jemand, dass der Chef in die Entwicklungsabteilung geht und sagt, Leute, wir brauchen eine neue Truppe, ähm, und, äh, da kann ich mir vorstellen, das ist, äh, der, das ist hier so ein, so ein, äh, ja, wir brauchen eine neue Truppe, Leute, irgendwas mit, irgendein Mix, denkt euch mal was aus, und irgendeiner schläft dann drei, vier Nächte schlecht, und hat die Bahnbrechenidee, wir nehmen einen Elektro, Feuermagier, naja, okay, ich weiß nicht, also die drei Sachen gibt's auf jeden Fall neu, also Bilder Hall 10, halten wir fest, es gibt den X-Bogen neu, und es gibt die neue Truppe hier, den Elektrofeuermagier, was ihr davon haltet, ich gucke es mir jetzt noch mal ein paar Mal an, ähm, ja, ich will fast sagen, ich gucke es mir mal schön, ich gucke es mir mal schön, ähm, oder aber ich gucke, ich gucke mir das Ganze, ähm, noch mal ein paar Mal an, ich hoffe die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen, ist halt ein Sneak auf den Sonntag, ähm, wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben, da abonnieren, nicht vergessen, und am Kanal dranbleiben, ähm, ähm, äh, stellt euch die Glocke auf Twitch, wenn ich live komme, dann bimmelt es auch bei euch dort, und, äh, dann sehen wir uns in weiteren Videos, oder in weiteren Sneaks, keine Ahnung, was noch auf uns zukommt, aber das Update ist auf jeden Fall ganz, ganz nah, ich kann es schon so ein bisschen spüren, bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Toto, Clashed. Closed Captioner Closed Captioning Closed Captioning